Die müssen doch hier in die Straße von ihr einbiegen, oder? Warte ich, warte ich, warte ich, wisst du was, Sascha? Das wisst du noch nicht, oder? Nein, das wisst du noch nicht. Ist das ein LKW, die du doch fährst? Nein, du fährst eigentlich nie eine LKW. BAM! Oh! Boah! Fährst ernsthaft, einfach mal eine LKW. Warte. Hast du einen Anhänger hinten dran? Ja. Ey, ich, ja, so. Ich hab' ich gesehen, warte mal, komm mal kurz zur Straße. Warte, 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 warte. Lass den Anhänger sehen. Jawohl, der hat den Anhänger hinten dran. Mal los! Ah, dieser Pfadwind. Es ist wunderschön hier. Ich will jetzt die Kurven zu hart nehmen. Ich muss eben jetzt erstmal schnell mal gucken, wo wir lang fahren sind. Wo hast du den denn her? Ich hab auch mal auf dem Highway einen Truck ausgekauft. So, auf geht's. Ja, warte, ich muss erstmal gucken, wo wir jetzt hingehen. Äh, wo willst du denn hin? Wo will ich hin? Äh, weißt du, was kann man denn so machen noch? Äh, hier vorne ist ein Rennen. Ein Rennen? Wollen wir ein Rennen machen? Ein Fahrradrennen? Das ist auch mal cool. Okay, machen wir ein Fahrradrennen. Oh, läuft. Aua. Aua. Nein, ich rolle runter. Ich rolle runter. Nein, warte, okay. Lass den grad irgendwie, ja, für Hilma. Ach, okay. Kann losgehen. Ich steh einfach mal auf deiner Ladefläche und fahr einfach mit dir mit. Ach, schön. Wir sind auch hier richtig in der Farm gegen, ne? Ja, also es passt hier irgendwie. Boah, wir sind auch schon wieder richtig lange auf, seh ich gerade. Ja, ne? Ach, das ist schon eine Stunde. Oha. Geht aber auch schnell die Zeit, wenn man... Was hast du gespielt? Ja, erst mal der Schild... Boah, oh Gott, probier ich denn? Aua. Nein! Ich bin tot. Nein, und er fällt auch... Der ist gar nicht angekommen. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin da so gefahren. Ich bin da so gegen das Schild gefahren, warst du Papa. Ja, das hab ich noch gesehen und dann war ich tot. Oh, geil! Komm her! Ich hab was viel cooleres, jetzt nochmal. Das ist was cooleres als ich? Ja! Egal. Ich lauf gerade zu dir. Nein! Das hört sich schon so... Nein, nicht ernsthaft! Ja! Das ist nicht cool! Haben wir davon noch ein zweites? So ein Stuntflugzeug ist doch mega geil. Warte, wo könnte es dann ein zweites gehen? Wir fliegen mal zum Flughafen und dann suchen wir für dich ein zweites. Okay? Tja, oder wir machen die Mission, aber mir ist auch egal, wo wir fahren. Darfst du entscheiden, mir ist egal. Aber ich will... Kurz fliegen. Ich hebe mich ab! Aber jetzt! Jawoll! Und hoch! Und runter! Was möchtest du denn machen? Äh... Jo, gute Frage. Auf jeden Fall nicht abschützen. Naja, das ist in der Kontrolle. Aber... Ich guck mal kurz, was wir hier auf der Karte machen können. Wo wir jetzt... Ach du... Wenn du schon gerade will... Hier ist das Militärgelände, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Glaub ich, was das hier kommt. Also... Willst du eine Mission machen? Weil ich jetzt noch gesagt, dass wir eine Mission machen. Okay. Land drin... Äh... Na komm, wir fliegen... Wir fliegen mal wieder zurück in die Stadt. Okay. Hast du schon markiert? Nö, noch nicht. Warte mal. Da sind wir uns dann. Oder hinten zu Hause? Hier unten! Mega geil! Noch geiler als das. Nee, Apartment eines Freundes ist das. Ich muss landen. Schnell sogar. Ups. War zu schnell. Aber ich hab was viel cooleres jetzt gefunden. Das ist viel cooler als das Ding hier. Wo ist es denn? 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 Ich sehe es nicht. Da! Siehst du es auch schon? Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir gespawnt bin überhaupt. Hä? Wo bist du denn gespawnt? Auf dem Flugplatz hier oder näher? Das ist noch cooler! Ich bin auch richtig weit weg. Ach, da musst du weg. Ja, über die Straße, hinten nur. So, und damit fliegen wir jetzt zur nächsten Mission. Jetzt steht es fest. Ich werde mich jetzt nicht mehr ablenken lassen. Jetzt ist es auch gerade gekommen. Da ist ein Fahrrad dran. Sagtest du das jetzt? Jetzt nimmt es mir cool an, wenn du sowas hast. Das hört ja an wie ein Jet, was du da hast. Ja, hier steht ein schöner Wagen. Ah! Cool, oder? Cool, oder? Ja, natürlich. Nur das Beste für den Heerwagen. Ich glaube, ich nehme mal den Helikopter einfach. Helikopter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, wir können... Ich sehe hier gar keine Richtung. Ich gebe es schon mal ab. Richtung Stadt oder wohin? Ja, Richtung Stadt. Okay. Geht der jetzt ein? Nee. Jetzt? Ah, so kann es dir hier ein. So ist das hier das Pentagon hier vorne oder was? Sieht aus wie ein Pentagon. Ah, eine schöne Dreh... Oh Gott! Hoch! Hoch! Du dann. Ach, da fliegst du. Okay, ich flieg dir mal ein Teil. Ich weiß gar nicht, wer schneller ist. Du sicherlich! Ja, meins. Weiß nicht. Ach, fliegst du nämlich schneller. Aber wenn ich auch hier wieder zwischen die Bäume so quasi durchfliege. Wieder so halb im Sturzflug. Jetzt, jetzt habe ich noch ein kleines Problem. Wenn wir da sind, wie soll ich denn landen? So ein riesen Ding. Ach, ich werde schon das hinbekommen, irgendwie. Du wirst das schon hinbekommen. Das sieht aus. Ja. Optimistisch bin ich. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Bist du über mir? Ach, da bist du. Ne, ich bin nur vor dir irgendwo. Oh, tief. Oh, wir sind ja gleich da. Bisschen angeben hier für die Stadt. Hier vorne eigentlich auf der Kreuz. Hier auf der Brücke kannst du auch nicht landen. Rücke, ich lande. Okay, mach das mal. Ich muss die drei Räder ausfahren. Oh Gott, hab ich vergessen. Okay, alles in der Brücke. Wir müssen hier oben nämlich hin. Hier ist ein Tunnel. Ich muss weg. Okay, das war grad cool. Okay, alles in der Brücke. Oh Gott. Aua, aua. Okay, ab, abgeschafft. Hab den Flieger gelandet. Hab den Flieger gelandet. Ja, alles unter Kontroll. Nein, jetzt bin ich in den roten Reichen. Heckrot. Ernsthaft? Wo bist du denn? 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 Ach, da. Hier unten bin ich. Du hast mich auch mutwillig umgebracht schon. Wie direkt vor dir gespawnt, ja. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ei. Warm. Na, warm. Hör auf. So, wie kommen wir dann hier rauf? Ach, wir müssen da oben hin? Ne, du sagtest, wir müssen da oben hin. Oh, wir müssen jetzt einmal um das ganze Gebäude laufen, glaub ich. Ich renne. Du kannst mehrmals X-Story, das weißt du. Ich weiß nicht, wie du rennst. Okay. Ach so. Ah. Neue Weisheit. Ich dachte, das kann man gedrückt halten. Ich glaub, dann rennt man nur ein bisschen und... Seid man immer ganz gerade gucken. Ups, oh. Ja, das ist... Nein. Ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Wir rennen hier irgendwie. Ne, ich bin hier oben herauf. Etwas verwirrt durch die Gegend. Jetzt sind wir hier schon wieder. Wir sind jetzt gerade im Kreis gelaufen. Ach so, ich glaub, wir müssen hier vorne lang. Vorn lang? Okay. Ich folge dir. Wir müssen hier nämlich irgendwo oben rauf jetzt. Ey, guck mal, da vorne ist mein Auto bloß in blau. Ha, yeah. Sieht zumindest so aus. Irgend ein alter war. Oh. Ups, ja. In die Wand. Oh mein Gott, Alter. Wie weit müssen wir jetzt hier laufen? Es gibt natürlich auch, wenn wir mal keine Mission machen sollen, wollen, dann können wir auch noch mal gucken, wie so ein ganz riesen Flugzeug. Kein Helikopter, sondern so ein Flugzeug. So ein Hangar. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ah, ja. Wenn du weißt, was ich meine. Bin ich auch rüber anstatt außen rum zu gehen. Augenblick bitte. Ich bin nicht rüber. Oh. Ja. Haben wir es denn jetzt geschafft? Eigentlich schon, ja. Jetzt sind wir so gut wie auf dem Weg dorthin. Ah, ich wollte noch Armdrücken machen. Schade. Hätten wir machen sollen. Nein, jetzt häng ich irgendwo an der Wand vergesst. Ich sehe hier gar keine Mission um ehrlich zu sein. Wir müssen irgendwo lang. Hier. Wo? Ich kann leider gerade nicht rennen. He. Ausgeschöpft. Meinst du das hier? Ja. Okay. Rein da. Wer hätte runtergeladen. hast du noch beitreten hast du mal ganz kurz sollte ich einladen oder dann ich bin schon im kreis da macht man gleich beitreten ich weiß es nicht fahrräder so bereit ich bin bereit ja sehr schön so wieder so geile fahrräder aus mx langweilig 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 ich glaube ich nehme das da ich glaube ich nehme bei dass es gleiche das kann ich jetzt schon so sagen okay noch bereit schon bestätigt gedrückt ich habe keine ahnung was für eine strecke das ist deswegen irgendwie mal jetzt auf verdacht einfach nur eins genommen okay egal das schaffen wir schon irgendwie immer der helm auf also achtet der gta drauf das bmx genommen das kam spontan ich weiß nicht ganz ob ich das bmx hier brauche deswegen habe ich mir das bmx genommen x wo gibst du das ne auch mit x mal ganz kurz ja okay da ach so ah ok gut ah ok jetzt mal immer mann wie fahr ich denn zurück wo wir sind jetzt schon wieder oh god hängen geblieben ich hänge hier an der ten fest ich komme hier weg warten oder willst du aber fahr ruhig wenn du willst sonst ist das nicht spannend jetzt fahr ich aber sonst hätten wir das doch zu heikel ich bin in der wand oder so fahr noch selber so und ab geht's also du musst mehr als sechs drücken also naja ich schon irgendwie mitgekriegt jetzt das ist voll schwer finde ich aber muss jetzt mal checken ob wie das geht aber du bist schon richtig weit weg bin jetzt gerade beim sprung am ersten zweiten gerade rüber ja ok jetzt bin ich runter gefallen da kam der kran etwas zu früh oh jetzt setzt er sich sein helm auf jetzt komm ich habe irgendwie so keine ausdauer mehr ausdauer sie auch hier unten tatsache ausdauer bist du weit vor mir ja an die fahr ich ganz ich meine ich einen sieg jetzt ziel das ging ja schnell geschafft gefällt mir hat bei mir schon gar keine ausdauer mehr und was dann bmx genommen ja weil ich nicht wusste was für eine strengasse ist deswegen ich glaube ich schaff es noch nicht mal ein ziel ich schaff es nicht mal ein ziel ja wenigstens das gefällt mir natürlich gefällt mir das ich wusste gar nicht dass man es mit x bestätigen muss aber also 85 sind jetzt auch nicht so viel ich glaube du müsstest noch sagen ob es gut oder schlecht war aber ich bin noch gar nicht so weit ach so ok 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 so was sind wir denn jetzt ich hätte uns erstmal eine pause gemacht pause ja ok wenn wir 15 minuten folgen haben wir schon fünf stück wieder aufgenommen haben wir ein bisschen vorproduziert genau sehr schön da können wir in freien modus gehen erstmal ja genau ok ja ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen bei euch da draußen und wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal wieder zu geht ihr online mit dem nico und vielleicht auch schon mal mit neuen leuten ich weiß ja nicht ob sich da welche jetzt bewerben bei uns wird mich freuen und ich sage einfach mal ciao und bis zum nächsten mal bis dann 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 Vielen Dank.